Ah, ha, 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 ha! Oh je, Mini! Abdi, abdi, abdi! Nein, nicht! Hallo, Schwester! War ich das etwa? Viel Spaß! Hey, ist das eine tolle Atmosphäre hier bei dem Autoservice. Ja, Glück mit dem Wetter! Ja, wir müssen es nicht mal sehen, wenn jetzt vielleicht noch ein paar mehr Leute kommen. Es ist ja noch relativ früh. Und auf jeden Fall ist schon mal eine gute Stimmung hier. So, jetzt ist die Sonne wieder da und alle zu. Die Stimmung ist auch gleich wieder oben. Was geht ab? Was? Was geht ab? Ja, wir haben uns gerade mal über das Leben unterhalten und so. Und über das Ende. Wie findest du es hier? Schön. Ausgesprochen schöne Veranstaltung. Wäre das Wetter noch ein bisschen wärmer gewesen, wäre es noch schöner gewesen. Aber ich finde das toll mit den Autos. Und ich finde auch toll, dass man so behinderten Menschen einen großen Gefallen tun kann. Also wir haben ja hier diese beiden, die hier zum Schluss waren, die hatten ja so viel Spaß und so viel Freude. Und ich bin immer froh, wenn ich da was machen kann. Hier ist eine ordentliche Mucke. Geile Musik, wa? Ja. Hier geht's mir auch mit unserem Tag! Wir trotzen viel Wetter! Ja, wir trotzen jetzt. Also wenn das so weitergeht mit dem Wind hier und mit der Kälte, dann haben wir spätestens um 16 Uhr so ein Eiszappen an der Nase. Dann können wir gleich eine Weihnachtsfeier noch mitmachen. Ganz genau, da hat er recht. Jetzt scheint die Sonne wieder. Der Tag ist gerettet. Und jetzt wird auf dem Auto unterschrieben. Jawoll. Hier, bitte. Du bist ein bisschen kleiner. Ja? Ich geh auf die Knie hier. Das ist so weit her, oder? Danke, danke, danke. Gerne, gerne, gerne. Das sieht doch toll. Bitte mal da. Ich geh auf die Knie hier. Ich geh auf die Knie, oder? Oh, ich geh auf die Knie, oder? Ich geh auf die Knie herein. Wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!